Nummer 3. Der Pilling Entferner ist schnell und effizient. Hat eine starke Leistung von 9 Watt und deckt mit seinen 6 Klingen einen größeren Bereich für eine einfache Anwendung ab. Der langlebige Lithium-Ionen-Akku ist in 2,5 Stunden schnell aufgeladen und bleibt bis zu 100 Minuten in Betrieb. Die höhenverstellbare Unterlegscheibe verhindert das Schneiden oder Ineinandergreifen von Stoffen. Wenn Sie den Preis für dieses Produkt wissen möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 2. Edelstahl-Präzisionsrotationsmesser und Gitter mit großem Scherkopf und leistungsstarkem 5 Watt Motor. Der Rasierer stoppt automatisch, wenn die Messerabdeckung offen oder lose ist. Es ermöglicht Ihnen die einfache Entfernung von Fusseln, Pilling und Haaren aus allen Arten von Kleidung und Stoffen. Einschließlich Pullover, Strickjacken, Decken, Laken, Polstern und mehr. Den Amazon-Link für dieses Produkt finden Sie am Ende der Beschreibung. Nummer 1. Dieser elektrische Anti-Pilling-Rasierer der Marke Philips ist ein wirksames Gerät zur Entfernung von Pilling, Fusseln und Haaren aus der Kleidung. Das Gerät verfügt über einen großen Scherkopf, mit dem Sie einen großen Bereich in einem einzigen Durchgang abdecken können. Seine drei Löcher rasieren alle Pilling-Größen. Zu Ihrer Sicherheit werden die Klingen automatisch angehalten, wenn Sie das Gitter entfernen. Der Preis für diesen Artikel kann über den Link in der Beschreibung gefunden werden. Der Preis für